Heute mal einen kleinen Vergleich zwischen dem dänischen Original und dem bösen, bösen Zwillingsbruder aus China. Jo, Servusler und willkommen hier in meiner kleinen Klembausteinecke. Heute soll es um dieses Set hier gehen. Frozen mit der Set Nr. 41062, Disney's Frozen von Lego, hat 292 Teile, glaube ich, wird von Lego so angegeben. Kostet momentan, das ist schon ein wenig älter das Set, kostet momentan bei Amazon so an die 60 Euro. Vergleichen möchte ich das Ganze hier mit dem chinesischen Pendant von Lepin. 316 Teile werden hier angegeben und gekostet hat es in etwa 10 Euro. Also sechsmal so günstig wie das dänische Original, wobei mir jetzt der Listenpreis hier nicht mehr geläufig ist. Es ist, wie gesagt, schon ein bisschen älter. Ich glaube, das Set stammt aus dem Jahre 2015. Bin mir nicht ganz sicher, damals, als halt der Film rauskam. Das Lego-Set hier ist schon gebraucht. Oh, ich geh zu. Okay, geh wieder zu. So, das Lego-Set ist schon gebraucht. Ein Dankeschön hier an meine kleine Tochter für die Leihgabe zu diesem Video. Ich habe das Set hier in meine Eimerchen verteilt. Es ist also nicht aufgebaut. Ich werde es aufbauen. Ich werde gleichzeitig mit dem Lepin-Set zusammen aufbauen. Das heißt, beispielsweise Bauschritt 5 oder was. Und ich schalte euch wieder dazu. Da werde ich euch erst das Lego-Original zeigen und danach Bauschritt 5 des Lepin-Klons. Und dann werden wir darüber reden, wo die Unterschiede sind und wie nah oder wie weit weg diese beiden Sets voneinander liegen. Ich bin ja echt, ich bin wahnsinnig gespannt. So. Das hier müssen wir ja nicht mehr auspacken. Das ist ja schon ausgepackt. Aber das Lepin-Set packen wir aus. Das heißt, wir gehen hier runter auf mein kleines Klemmbau-Steintischchen und schauen uns an, was wir so, was wir halt so haben. Was wir halt so haben. Ich bin gespannt. So, das Lego-Set 41062 von Disney's Frozen. 292 Teile. So von hinten. Ein bisschen Spielmechanik. Zubehör und so weiter und so fort. Von allen Seiten hier im Schnelldurchlauf. Wie gesagt, er war ja schon mal offen, der Karton. Es ist auch nichts mehr drin. Packen wir weg. Und schon wird es unscharf. So. Die Teile sind im Übrigen hier schon in meine Eimerchen. Das hier sind die Teile für den Eispalast. Und das hier sind die Teile fürs Zubehör. Wir haben zwei Bauanleitungen. Die Bauanleitungen sind jeweils geklammert. Legotypisch natürlich gigantisch große Abbildungen und nur wenig Steine. pro Bauabschnitt. Als erstes die Figuren. Und dann Kleinteile gedöhnt. Interessant. Also was mir schon mal positiv ins Auge sticht. Es tut wahnsinnig gut, mal endlich wieder nach langer, langer Zeit eine Bauanleitung in der Hand zu haben. Der im Hintergrund nicht blau ist. Hier ist es lila. Das ist auch mal nett. Die sind nämlich alle irgendwie aus irgendeinem Grund blau. So. Die erste Bauanleitung hat... Moment. 44 Seiten. Dann wäre die Hälfte des Eispalastes fertig. Dann kommt hier noch ein bisschen Werbegedöns. Und dann wird hier auf die zweite Bauanleitung verwiesen. Die zweite Bauanleitung hat... ...28 Seiten. Danach kommt ein bisschen Werbung für das eine oder andere Set. Teileliste. Und weiter Werbung. So. Die Bauanleitung ist natürlich Lego-typisch und gibt auch nichts zu bemängeln. Schauen wir uns das Gegenstück aus China an von LePin. So. Das Ganze wurde vom Zoll hier schon mal geöffnet. Der Zoll wollte unbedingt wissen, ob auf den Noppen Lego steht. Weil wenn auf den Noppen Lego steht, dann ist es ein böses, böses Plagiat. Da hier aber keine Noppen gebrandet sind von LePin, hat der Zoll halt einfach durchgewogen und gesagt... Na gut, dann ist es kein Plagiat. Vielen Dank an dieser Stelle, lieber Zoll. So. Machen wir das Ding jetzt hier mal auf. Eins. Hier die Blade. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht Beutel. Ein großer Brick. Die Bauanleitung ein bisschen geknickt. Aufkleber, die sind im Lego-Set im Übrigen auch dabei. Da werden wir uns dann später anschauen, inwieweit sie identisch sind, beziehungsweise inwieweit sie voneinander abweichen. Und eine große Plate. So. Und dann ist das Ding jetzt hier auch schon leer. So, die... Oh, ein Brick-Separator. Ein Brick-Separator. In Form eines Delfins. Den kenne ich noch nicht. Der ist neu. Bei Lego war im Übrigen keiner dabei, soviel ich weiß. Also, weil das Set halt für Lego einfach zu klein ist, um einem beizulegen. So, die Bauanleitung ist, wenn man es sich hier anschaut, können da alles sehen. Ist alles im Bild. Es ist eine simple Kopie, ne? Nun haben sie halt hier oben das ganze Geschnörkel und Gedöns weggelassen. Es steht hier noch nicht mal Läppin drauf. Ist ja interessant. Könnte von jedem anderen Hersteller sein. So. Gucken wir innen rein. Ebenfalls lila. Ich vergleiche es jetzt mal spaßeshalber. Ob sie die Bauanleitung eins zu eins kopiert haben. Ja. Sieht so aus. Es ist eine eins zu eins Kopie, ein bisschen verkleinert. Man hat das Original ein bisschen verkleinert, um mehr auf die Seiten zu bringen. Also, was hier bei Lego zwei, drei Seiten sind, ist es hier auf einer. Interessant. Aber ansonsten ist es eine eins zu eins Kopie der Lego Bauanleitung. Na, das Lila ist ein bisschen dunkler. Ja, auch an sich sind die Abbildungen ein bisschen dunkler. Man sieht es ja gut an dem Braun. Das Braun ist hier um einiges dunkler als im Lego Original. Na gut. Hat wohl beim Scannen der Farbabgleich nicht richtig funktioniert. So, schauen wir mal. Die Bauanleitung hat 34 Seiten. Und dann wäre hier das Schlösschen auch schon fertig. Nein, 35. Entschuldigung. 35 Seiten. Und dann wäre das Schlösschen auch schon fertiggestellt. Ich gucke hier nochmal kurz das Original an. Weil das irgendwie schaut es bearbeitet aus. Aber nein, ist es nicht. Ist es nicht. Trotzdem schaut es ein bisschen komisch aus. Vielleicht wurde es minimal vergrößert. Keine Ahnung. Oder es wurde einfach unsauber kopiert. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall nicht so sauber gedruckt, wie das Lego Original. Na gut. Hoffen wir mal, dass das der einzige Patzer bleibt. Und dass die Steine an sich von besserer Qualität sind als die Bauanleitung. Sie ist im Übrigen geklammert. Habe ich vergessen zu erwähnen. Ja, immer wieder faszinierend, was andere Hersteller in eine Bauanleitung bekommen. Dafür braucht Lego 2. Warum auch immer. Ist halt so. Muss man damit leben. Ich werde jetzt diese Beutel hier in meine Eimerchen verteilen. Werde dann die Figuren aufbauen. Euch wieder dazu schalten. Und vergleichen wir die Figuren. Und vergleichen den einen oder anderen Stein. Besonders die Trans-Teile. Würde mich interessieren. Oder auch wieder eine oder andere Farbton getroffen ist. Ich bin gespannt. So, hier sind alle 4 Minifiguren. Wie vorhin schon erwähnt. Hat das Set ja die Nummer BQ9001. Und ich habe mich jetzt da diesbezüglich mal ein bisschen schlau gemacht. Lepin ist es nicht. Lepin hätte bei diesem Set die Nummer 25005. Im übrigen Bella hätte die Nummer 10435. Lele hätte die Nummer 79168. Und Sheng Yuan hätte die Nummer 373. Ah ja, es gibt noch Chico mit der Nummer JG301. Und eben Ben Ninki mit BQ9001. Ben Ninki ist ein Hersteller, der mir überhaupt nichts sagt. Habe ich noch nie gehört. Bin ich jetzt nur rein durch Zufall drauf gestoßen. Aufgrund der Set-Nummer. Was sich hinter Ben Ninki verbirgt. Ob es ein neuer Name ist für Lepin. Ob es ein anderer Name ist für Bella. Oder Bella. Oder Lele. Oder was weiß ich. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich finde es hochinteressant. Ich bin nur nicht mal traurig drüber, dass es hier kein Lepin ist. Weil Lepin-Sets habe ich hier. Und so kommen wir in den Genuss. Ein ganz anderes Set. Einen ganz anderen Hersteller zu testen. Den ich unter Umständen nie getestet hätte. Ben Ninki. Ganz lustig. Ganz lustig. Ja, somit wird es hier kein Lego Lepin Vergleich. Sondern ein Lego Ben Ninki Vergleich. Was soll's? Wir fangen hier mit den Minifiguren an. Und was soll ich sagen, Leute? Ich bin so Hardcore-mäßig positiv überrascht. Ich kann es euch gar nicht sagen. Fangen wir außen an. Und gehen durch hier bei der Elsa. Ist es noch erkennbar. Welche die Kopie ist. Hier bei Elsas Freundin. Keine Ahnung, wie die nette Dame heißt. Ist es schon nimmer so offensichtlich. Also, das hier ist Lego. Das hier ist Ben Ninki. Erkennt man gut, weil Drucke und Steine und Farben an sich von Ben Ninki ein Ticken dunkler sind als von Lego. Ich muss aber sagen, wenn ich mir den Torso-Druck anschaue, dieses etwas dunklere gefällt mir besser als von Lego. Gut, ist natürlich Geschmackssache. Aber auch der Umhang hinten ist ein bisschen dunkler. Und hier drüben zieht sich das weiter. Die Hände sind von dieser Figur ein bisschen dunkler als die Hände von Lego. Aber ich muss sagen, wenn man sich das anschaut. Von Ben Ninki sind die Arme bis zur Hand vorne bedruckt. Bei Lego hört es kurz zuvor auf. Hm. Auch der Umhang ist hier dunkler wie bei Lego. Aber die Stoffe sind von hervorragender Qualität. Die sind jetzt so ausgefranst und so lockerflockig wie bei Lego. Die sind... Ich weiß nicht, was das für ein Stoff ist. Er glänzt ein bisschen. Also, ich bin begeistert. Hier drüben ebenfalls. So, wenn wir die Figuren umdrehen. Wir sehen hier, auch die Haare sind bei Ben Ninki ein bisschen dunkler. Hier sehe ich ein bisschen Farbverlauf. Na, guten Trostpflaster. Ansonsten, ich kann nicht meckern. Man merkt auch hier an der Fliege im Übrigen. Oder an der Schleife im Haar. Ben Ninki ist immer das Teil, welches ein Ticken dunkler ist. In allen Bereichen im Übrigen. Aber ansonsten... Also, so gut. Wenn ich da an unser Schneewittchen denke von Winner. Da bin ich jetzt hier echt baff. Ich bin jetzt kein Freund dieser Friends-Figuren. Welch kurioses Wortspiel. Aber trotzdem, bin von der Qualität her echt begeistert. Wo ein großer Unterschied liegt, das ist die Kopfbedeckung selbst. Die ist bei Lego hier gummiartig. Es ist ein gummiartiges Material. Während es bei Ben Ninki genauso hartplastig ist wie die restliche Figur. Das ist im Übrigen bei dieser Figur ebenfalls. Das hier ist gummimäßig. Und das hier ist hart. Also anderes Material. Wenn ich mir hier die Drucke anschaue auf dem Torsos. Dieser beiden Figuren. Die sind... Tipptopp. Tipptopp. Sogar das Gesicht ist ziemlich gut. Alter, bin begeistert. Ich bin begeistert. So, wenn wir uns noch andere Teile anschauen. So. Wo war es denn? Hier war es. So. Dann... Merkt man so gut wie keinen Unterschied. Wenn man ganz genau hinsieht. Dann sieht man, dass in diesem Stein mehr Einschlüsse... Das soll so Glitzerzeug sein. So mehr Einschlüsse drin sind als in diesem Stein. Der Stein mit mehr Einschlüssen ist von Lego. Der mit weniger Einschlüssen von Beninki. Hammer. Ansonsten absolut nicht milchig. Nicht großartig zerkratzt. Oder auch nicht zerkratzter als der von Lego. Wobei der jetzt von Lego auch schon bespielt wurde. Von der Farbe her tipptopp. Ich bin gespannt wie die Klemmkraft ist. Und ob es da was zu beanstanden gibt. So, was ich jetzt noch vergleichen könnte wäre... Und dann hier diese Treppenstufen. Da ist Beninki jetzt... Einen Ticken gelber hätte ich jetzt gesagt. Und die haben hier um die Gussnasen in der Mitte... Immer ein bisschen so Schmutzspuren. Das könnte Öl sein. Oder irgendein Trennmittel. Also das hier ist jetzt Lego. Aber ansonsten... Tipptopp. Hält genauso wie beim Original. Bin ich echt begeistert. Ich bin echt baff. So, was ich euch noch zeigen könnte. Da das Set von Lego von meinen Kindern bereits bespielt aufgebaut wurde. Und so weiter und so fort. Sind die Aufkleber natürlich schon verklebt. Hoppala. Aber ich könnte euch mal die Aufkleber im Vergleich zeigen. Kann ich das hier zeigen, ohne dass es glänzt? Ohne dass es spiegelt? So. Die Aufkleber sind von hervorragender Druckqualität. Ob sie von hervorragender Klebequalität sind, wird sich zeigen. Aber die Druckqualität ist bombastisch. So. Und von hinten ist er so bedruckt. Und auch da ist Beninki um einiges dunkler als Lego. Wobei mir dieser dunkle Druck um einiges besser gefällt, als dieses Helle von Lego. Zumal bei diesem Druck bei Beninki, da kommt auch dieses Silber nicht durch. Bei Lego ist das nicht der Fall. Da ist es einfach matt. Aber hier kommt dieses Metalle nicht durch. Und macht das Ganze noch ein bisschen eisiger. Eisscheiß. Schönen Gruß an Kadri am Flockendanz an dieser Stelle. Ich bin gespannt, ob er sich das Video reinzieht. So, hätte ich gesagt, fange ich es bauen an. Und nach den ersten paar Bauschritten melde ich mich bei euch. Und werde ich Bericht erstatten, wie die Erfahrungen so sind. Ich bin echt gespannt, ob die Qualität, die bis jetzt ja wirklich top ist, von Beninki, durchgehend mit Lego mithalten kann. Werden wir sehen. So, die ersten paar Bauschritte ergaben hier. Bisschen kleinteilige Döns. So, schauen wir uns das hier als erstes mal an. Das ist hier. Ja, laut Bauanleitung kann man hier. Mit dem Schlitten runterfahren. An sich eine witzige Idee. Eine kleine Spielerei, was ich lustig finde. Man kann sie öffnen und dann ist da drinnen ein Kuchen. Oder ein Keks. Warum? Warum? Keine Ahnung, warum da drinnen ein Keks ist. Egal. Dann kommen wir mal zu den Unterschieden. Die Unterschiede sind rein optisch margial. Also die Farben sind ziemlich gut getroffen. Wenn man sich hier das dunkle Grün anschaut oder das Grau. Es ist ziemlich nah beieinander. Auch das dunkle Rosa. Was ein bisschen abweicht ist zum Beispiel hier bei diesen... Na, bei diesen Schlittschuhen. Die sind von Lego hier. So Silberfarben. Und hier sind sie eben so hellgrau. Das ist aber auch der einzige Unterschied. Die Klemmkraft im Übrigen ist... Ähm... Von den Beninki-Steinen. Um einiges höher als von Lego. Also man braucht mehr Kraft, um die Steine zusammenzustecken. Dafür gehen sie auch nicht mehr so leicht auseinander. Wie bei Lego. Aber ansonsten... Also ich bin echt... Tiptop. Die Qualität ist tiptop. So. Dasselbe hier natürlich... Mit unserem Olaf und der Picknick-Decke. Und den zwei Burgern. Es ist schwer zu sagen, welches das Original ist. Und welches von Beninki. Also rein optisch würde man es nicht merken. Es gibt den Unterschied. Bei Lego ist die Karotte hier, die hier in die Nase darstellt. Aus einem gummiartigen Material. Von Beninki ist sie aus Hartplastik. Also ähnlich wie die Kopfbedeckungen bei unseren Minifiguren. Ansonsten... Ja, die Fliesen sind erst rein. Die sind minimal zerkratzt. Ja, die Aufnoppung ging ein bisschen schwerer als bei Lego. Ansonsten tiptop. Und wenn ich mir hier die... Hoppala, die Gesichtsdrucke anschaue. Von beiden Figuren. Top. Einfach nur top. Selbe gilt für den Schlitten. Der größte Unterschied beim Schlitten ist hier... sind die Teile hier ebenfalls aus einem gummiartigen Material. Während sie hier aus einem Hartplastikmaterial sind. Das mag für ein derartiges Teil vielleicht ungünstig gelöst sein. Weil es vielleicht unter Umständen sogar abbricht. Während es Gummi ja bekanntlich nachgibt. Ansonsten können wir uns hier das rosa mal anschauen. Das ist von Beninki ein bisschen heller als von Lego. Und auch unten die Kufen sind von Beninki heller als von Lego. Jetzt ist es andersrum. Vorhin war von Beninki alles dunkler. Jetzt ist alles heller. Und... Es liegt nicht plan auf. Das liegt daran, dass die Kufen unten nicht sauber abgetrennt wurden. Die haben hier noch so Spritzgussnasen. Die muss man mit einem Messer ein bisschen nachbearbeiten. Habe ich jetzt nicht gemacht. Der Schlitten von Lego liegt plan auf. Ansonsten... Tiptop. Tiptop. Die braunen Steine und auch die weißen Fliesen und so weiter. Die sind echt... Hammer geile Qualität. So und hier im Übrigen der Teidetrenner. Den wollte ich euch vorhin schon zeigen. Ich habe es vergessen. In Form eines Delfins oder so. Zumindest erinnert es mich daran. Kenne ich so nicht. Möglich, dass der bei Lego Friends diese Form hat. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe nicht allzu viele Lego Friends Sets. Ich glaube das hier sogar das einzige. Wer da diesbezüglich was weiß, bitte ab in die Kommentare damit. Ansonsten verbuche ich das hier als... Teidetrenner von Binding Key. Wandert in meine Teidetrennersammlung. So hätte ich gesagt. Jetzt fange ich an mit dem Schloss. Und nach ein paar Bauschritten melde ich mich wieder. Bis gleich. Bauschritt 23. Und somit der erste Teil. Beziehungsweise die Hälfte der ersten Lego-Anleitung hinter uns gebracht. Ja viel haben wir nicht gemacht. Hier die Grundplatte. Beziehungsweise zwei Grundplatten. Mit ein bisschen Geschnörxel und so weiter. Hier geht die Treppe nach oben. Ein paar Palisaden. Mit Aufkleber verzimmert. Hier im Lego-Set waren sie ja schon aufgeklebt. Von meinen Kindern. So von der anderen Seite. Hier kommt eine Treppe hoch. Dazu ist dieser Technik-Binn. Hier und da nochmal ein Aufkleber in der Mitte. Hier irgend so ein Eiskristall. Und wenn wir uns jetzt das Gegenstück von Binding Key anschauen. Das ist komplett identisch. Natürlich. Natürlich. Einziger Unterschied der mir aufgefallen ist. Dass dieser Eiskristall hier keinerlei Glitzereinschlüsse hat. Also mal gucken ob ich sie irgendwie einfangen kann. Mal gucken ob die Kamera jetzt einfängt. Der hier hat so Glitzereinschlüsse. Und der hier eben nicht. Sieht man. Ja sieht man ein bisschen. Ja da haben sie wohl gespart. Aber man sieht es ja auch an den Paneelen außen. Da haben sie ein bisschen weniger Glitzereien. Was noch anders ist als bei Lego hier. Ich nehme mal diese Paneele hier weg. Diesen großen Brick. Der ist im Übrigen rundum geschlossen. Nur unten offen. Wenn ich den von Binding Key nehme. Na komm geh ab. So. Der ist hier komplett offen. Dafür ist er unten geschlossen. Ja da. So spart man ein bisschen Plastik ne. So spart man ein bisschen Material. Und sonderlich auffallen tut es nicht. Weil er hier verbaut wird. So ich setze es jetzt mal wieder hin. Zum großen und ganzen. Lässt es sich hervorragend bauen. Von beiden Herstellern im Übrigen. Lego sowieso. Und Ben Niki. Ja man muss ein bisschen Eiercher drücken. Aber dafür hält es dann ziemlich gut. Es ist von der Qualität her irgendwie. Es ist besser als Winner. Es ist besser als Wange. Es ist besser als Goodie. Also das ist ein Hersteller. Ich kannte ihn vorher nicht. Die Steine. Ich habe mir die angesehen. Das sind keine Leppinsteine. Definitiv nicht. Und auch nicht von Xing Bauhaus. Die kommen nicht aus dieser Fabrik. Aber die sind hervorragend. Diesen Anbieter. Diesen Hersteller. Muss ich mir merken. Ich muss mal gucken. Ob es von dem noch mehr Sets gibt. Qualitativ. Hammer geil. Vielleicht haben sie auch eigene Sachen im Repertoire. Oder das eine oder andere Modular Building. Hammer. Ich würde sogar behaupten von der Qualität her. Besser als Sembo. Gefällt mir. Ich bin echt begeistert. Die Aufkleber im Übrigen. Von der Klebekraft und so weiter. Hervorragend. Vom Druck haben wir uns schon drüber unterhalten. Ansonsten das Material. Die Qualität der Aufkleber an sich. Tipptopp. Kann man nicht meckern. Ist wirklich super. Ist kein billiges Papier. Ist so bedruckte Alufolie oder was. Keine Ahnung wie man das nennt. So. Dann hätte ich gesagt. Baue ich weiter. Zimmer. Warte mal. Ich drehe es mal so her. Dass man auch die Außenaufkleber mal sieht. Man sieht den von Beninki. Der ist ein Zacken dunkler als der von Lego. Aber mir gefällt das hier um einiges besser. Ansonsten. Die Transclear. Oder die Transblue Teile. Das Grau. Das Weiß. Das ist alles. Vom Ton her ziemlich identisch. Also nicht viel Abweichung. Auch hinten das Lila. Das ist nur minimal anders. Aber so im Großen und Ganzen. Trifft es den Ton genauso wie es Braun. Also. Tipptopp. Auch das Gelb im Übrigen. Ist kein billiges China Gelb. Sondern im Gelb von Lego nachempfunden. So. Jetzt hätte ich gesagt. Baue ich hier weiter. Was ein bisschen kurios ist. Es ist zwar interessant. Diese Sets mal zu vergleichen. Oder zwei identische Sets miteinander zu vergleichen. Von verschiedenen Herstellern. Aber es ist irgendwie auch nervig. Nach 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bauschritten. Esselbe noch einmal zu bauen. Weil. Ja. Es steht zwar Lego auf den Stats. Und bei den anderen nicht. Aber das ist auch der einzige Unterschied. Und das merkt man beim Bauen ja sowieso nicht. Man tut halt schnurstracks genau wieder. Esselbe. So. Bauen wir weiter hätte ich gesagt. Ich bin gespannt. Bauschritt 43. Und Ende der ersten Lego Bauanleitung. So weit sind wir bis jetzt. Wir haben hier oben ein paar Blades aufgezimmert. Das Bäumchen fertig gestellt. Eine Treppe hingezimmert. Und innen noch ein bisschen Ziegedöns angebracht. Eis. In verschiedenen Sorten. Für was auch immer. So. So viel zum Lego Original. Hier Bending Key. Exakt dasselbe. Baum. Plate. Treppe. Eis. Welche Unterschiede gibt es? Es gibt durchaus Unterschiede. Und zwar. Das hier ist Lego. Die Treppe hier ist ziemlich locker. Wenn man hier. Hoppala. Geht schon die erste Plate ab. Wenn man hier ein bisschen rumnoddelt. Die Treppe schaukelt. Die lässt sich nicht fixieren. So. Ben Inky. Die Treppe ist fest. Die kann man positionieren. Und die schaukelt auch nicht. Die bleibt so. viel geiler als bei Lego. Hammer. Hammer. Hat. Ansonsten ist alles relativ identisch. Ihr seht auch oben. Dieser. Dieser. Blauton trifft ziemlich gut. Boah. Die Treppe hat ein bisschen eine andere Farbe. Man kann es nicht mehr so nebeneinander halten. Dann sieht man. Dass die Farbe leicht abweicht. Aber dafür ist die Qualität besser. Oder die Passgenauigkeit. Oder vielleicht ist die Passgenauigkeit so schlecht. Dass es eben genau deshalb nicht. Äh. Äh. Rumschaukelt. Und sich plötzlich auflöst. Hehe. Keine Ahnung. So. Auf jeden Fall bin ich begeistert. Jo. Hätte ich gesagt. Schnappen wir uns die zweite Bauanleitung. Und bauen den nächsten Stock. Ich bin gespannt. Und da sind sie fertig. Rechts das Original. Und links der Klon. Von Ben Ninky. Ja es gibt nicht allzu viel zu sagen. Es gibt auch nicht allzu viel zu bemängeln. Das Lego Original. Lego halt. Lego halt. Lego typisch. Und. Ben Ninky hat mich überzeugt. Also ich bin echt. Qualitativ begeistert. So. Ich drehe mal eins um. Zeige es euch von hinten. Und schon reiße ich hier die Hälfte ab. Wo ist es jetzt hingefallen? Da ist es. Hehe. So. Das haben wir noch fertig gestellt. Den oberen Stock. Das ist so eine Art. Ja. Da kann sie sich hinsetzen. Ihren Brief lesen. Und hier ein Buch. Das Buch ist auch ganz witzig gemacht. Märchenbuch. Mit. Schloss drauf. Oder sowas. Da dachte ich ja erst. Oh. Erster Kritikpunkt. Bei Ben Ninky. Wenn ich da rüber gehe. Wegen dieser. Stressmarker. Die gekommen sind. Als ich das Buch zusammengeklappt habe. Aber. Die haben wir bei Lego ebenfalls. Diese Stressmarker. Die lassen sich auch nicht vermeiden. Das liegt nun mal daran. Dass man dieses dunkle Plastik zusammen. Also umknicken muss. Weil es ja offen. Gegossen wird. Gespritzt wird. So. Hier ist Schlaf gemacht. Der Prinzessin. Und hier unten die Eisdiele der Prinzessin. Die Treppe hier ist bei Lego wahnsinnig labil. Die hält nicht. Hier hingegen hält sie richtig gut. Da bleibt sie auch da wo sie sein soll. Also es ist faszinierend. Ansonsten es gibt nicht viel zu bemängeln. Was noch aufgefallen ist. Dass diese Eim. Also diese großen 1x1 Bricks hier. Von Ben Ninky ebenfalls auf einer Seite hohl sind. Aber wenn man die richtig herum verbaut. sieht man es nicht mehr. Also die sind genauso hohl. Wie diese einmal zwei großen Bricks. Boah. Ich bin erstaunt. Ich bin echt erstaunt. So im direkten Vergleich. Dass so ein Klon so gut abschließt. Beziehungsweise ein Klon der eigentlich. Das ist ein absolutes No-Name-Ding. Wenn jetzt kein Mensch kennt diese Firma. Und Google spuckt auch nicht viel aus. Da. Ja. Wenn schon so Billigfirmen. Derartige Qualität produzieren. Dann kann Lego bald zumachen. So. Das hier ist im Übrigen. Vom Lego Set übrig geblieben. Viele viele kleinen Teile. Noch eine Blume. Und so weiter. Und so fort. Technik Brick. Eine Karotte. Einmal eins Plates. Und so weiter. Und so fort. Das hier. Ist von Benningi übrig geblieben. Sogar noch mal eine Treppenstufe. Slopes. Inverted Slopes fließen. Um einiges größere Teile als bei Lego. Und. Was noch übrig geblieben ist. Ein kompletter Stickerbogen. Also das ist noch mal ein kompletter Stickerbogen. Für das ganze Set. Damit könnte man das Set noch mal bekleben. Hammer. Oder ausschmücken. Oder noch mehr bekleben. Doppelt so viel bekleben. Was man halt möchte. Aber für den Fall der Fälle. Für den Fall dass man sich verklebt. Oder der so einen Aufkleber kaputt macht. Ist hier noch mal Ersatz dabei. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Ich werde jetzt dieses Set hier modifizieren. Und mal gucken. Sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe mir fällt was ein. Bis gleich. So. Ich habe jetzt das ganze Spiegelverkehr angeordnet. So passt es dann besser. Und so wird es auch Einzug finden. In die Glemmbausteinstadt. Meiner Kinder. Auch wenn jetzt der eine oder andere sagt. Da hast du Strand und Wasser. Und nebendran Eis. Das passt doch nicht. Doch. Das passt. Das ganze ist ja eine Spielwelt. Die Glemmbausteinstadt meiner Kinder. Wird ja schließlich von Kindern bespielt. Und hat keine Displayfunktion. So. Bevor ich es vergesse. Messen wir hier noch mal kurz aus. Wie es aussieht. Also bis zur Spitze des Sterns. Haben wir in etwa 24 cm. So. Die Tiefe beträgt in etwa 19 cm. Und so. Moment. Moment. So beträgt es. Ja. Die Treppe ist schon ziemlich breit. So beträgt es in etwa 12 cm. Hoppala. So. Haben wir das auch hinter uns gebracht. Ist echt schwierig Leute. Ist echt schwierig. Also im Zweifelsfalle. Würde ich mich halt hier wirklich für den Asiaten entscheiden. Weil. Ja. Es sind einfach weniger Kritikpunkte hier. Beninki hat hier ein Produkt auf den Markt geschmissen. Natürlich ist es eine Kopie. Aber es ist besser als das Original. Die wenigen Minuspunkte von Beninki werden ausgeglichen durch hervorragende Aufkleber. Durch hervorragende Drucke. Und durch hervorragende Minifiguren. Ich kann es nur wiederholen. Ich bin echt baff und sprachlos. Über die Entwicklung der asiatischen Glemmbausteine. Die sind. Hammer. Hier wurde Lego. Eiskalt. Überholt. Okay Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben. Tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr wollt. Dann schaut doch auf meinen Discord selber vorbei. Oder auf Facebook oder Twitter. Die Links zu den jeweiligen Social Medias. Wie immer in der Videobeschreibung. Und auch den Link zu diesem Set. Bei AliExpress. Werde ich in die Videobeschreibung packen. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen. Und ich sage Servusler. Bis zum nächsten Mal. Eierdorsten. Und baut was Schönes. Ich muss erstmal was gucken. Ein bisschen Teile hatten das Teil. Was kostet es denn überhaupt?